Willkommen beim Ringside Gym Fitness Tutorial. Heute mit mir Markus und ich will euch zeigen, wie ihr die Wirbelsäule heute ein bisschen bewegen könnt. In den nächsten Tagen kommen noch ein paar andere Videos, aber heute fangen wir erst mit einer Übung an, die gar nicht so einfach ist. Als erstes einfach nur die Schultern kreisen. Gehört auch zu der Übung dazu. Und dabei den Brustkorb schön leicht mit bewegen. Wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr diese Bewegung weiter bis nach unten fortsetzen. Heißt also, die ganze Wirbelsäule runter und dann wieder hoch. Eine Wellenbewegung. Ihr seht, die Knie arbeiten mit, die Hüfte arbeitet mit. Machen wir von hier. Von oben begeben. Schultern hochziehen. Brustkorb. Bauch. Hüfte. Und dann auch das alles wieder zurück. Brustkorb. Bauch. Hüfte. Und dann Po. Zurück. Hopp. Schön rot machen hier. So, wenn ihr das könnt, könnt ihr das genau auch wieder in die andere Richtung ab. Und damit bewegt ihr schön eure Wirbelsäule durch, eure Bandscheiden. So, übt das und dann geht es eurer Wirbelsäule ein bisschen besser. Bis zum nächsten Mal.